Das Geniale überhaupt an dem Ganzen, das ist das Federsystem. Ich habe immer eine Federbahn drin gehabt. Das hat eine Federante gehabt von 1450. Jetzt zeig mal, du dich mal drauf stellen hier und zeig mal, wie es federt vorne. Und du kannst hier unten die Federbahnen versetzen. Je schräger das du das eingelegst, umso weiter es hängt. Je stehler das das aufstößt, umso höher wird die Bodenfreiheit natürlich unabhängig. Auch der Federweg. Jetzt hast du zwischen 10 und 25 und 28 cm hoch. Ist ja toll, wenn man solche Ideen hat. Sehr schön. Ja, super. Ich habe immer außergewöhnliche Ideen. Die Gefährten sehen ja alle aus dem Kopf aus. Ja, ja. Ich glaube der Landtag. Das muss man nicht sehen. Grüß dich, Rainer. Hallo. Heinrich. Ich habe ja schon gehört, dass ich mit drei Dritten unterwegs war. Ist blöd. Wo ist denn das denn? Wir müssen vorher wegfahren und dann wollen wir schon fahren. Ja. Sie hat das erste Hausgefühl. Was meine ich? Wahrscheinlich hätte ich das Urge abgefahren. Ich bin so im Lenken, wo ich vorliegen bin. Lacht mal nicht so laut. Es steht im Internet. Ich geh mir ja nicht aus. Dann hört man euch. Ihr sagt, wer ist denn das, was so laut lacht hier? Wollen wir gleich mal sehen auf dem Schlitten. Das ist der Prinz. Das ist der Prinz, Mann. Ja, gut. ISalz ist der Prinz würde gut zusammen. Es muss eineove helpenden Reihe nachzeigen. Ich mit dem im Wochenende hinterher gehen. Vielen Dank. Jungs. Achja! Schnellen